Hallo Leute was machen wir heute? Ich bin jetzt wieder auf der Rennstrecke. Heute gibt es wieder driften. Es wird super interessant. Also ich bin mit Rift Gaudi wieder hier. Wir werden einige Interviews machen und uns natürlich auch die Autos dementsprechend anschauen. Jetzt starten wir durch. Musik 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 Hat dir das Video gefallen, gib mir doch gerne deinen Daumen nach oben, abonniere den Kanal und bis dann! Musik 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 Musik